Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Command & Conquer Tiberian Wars. Es geht nach Norditalien. Kommandonszentrale Aeos Rock, Australien, gelbe Zune G4. Mir war irgendwie immer klar, dass die Besucher möglicherweise nicht sehr kooperativ sind. Deshalb ließ ich eine Waffe entwickeln, die auf diese Schwäche zielt. Mit ihr kannst du einen ihrer Türme erobern, aber du musst dich beeilen. Die Besucher greifen die Anlage an, während wir sprechen. Sichere die Anlage. Und danach hast du freie Hand, die neue Waffe zu testen. Ja, wir gehen in die Mission. Ken hat die Ankunft der Besucher vorhergesehen und wusste, dass eine mächtige Waffe nötig sein würde, um die Invasion in eine produktive Richtung zu lenken. Ken hat ein Forschungszentrum hier in Norditalien mit dem Bau der Catalyst-Rakete beauftragt. Die Waffe ist einsatzbereit, aber die Besucher sind unberechenbar und attackieren das Forschungszentrum. Verändern sie die Zerstörung des Raketensilos und reparieren sie die Einrichtung. Einschließend können sie das Blattstum mit ihrer neuen Waffe verwenden. Das werden wir auch tun. Das werden wir auch tun. Die Catalyst-Startrampe wird von den Besuchern angegriffen. Erobern sie sie, bevor sie zerstört wird. Jupp. Ja, bin bereit. Fange Nachricht. Reparieren sie die Catalyst-Startrampe, damit wir die Catalyst-Rakete einsetzen können. Schützen sie sie vor den Aliens. Juhu. Los geht's. Ich kann helfen. Neues Brotospiel. Mehr Gebäude. Ich muss sagen, dass ich... Wir brauchen zusätzliche Produktionskapazitäten. Jupp. Das auf jeden Fall. Ähm... Wir sollten auf jeden Fall zusehen. Dass wir hier ein bisschen auch entsprechend mit Luftabwehr auch halt rechnen. Auch natürlich halt hier. So, das ist gerade sehr gut. Okay. 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 Okay, der greift hier auf jeden Fall sehr viel aggressiver an, weil ich habe die Mission tatsächlich schon gespielt, allerdings auf leicht, aus Versehen. Deswegen weiß ich ungefähr, was mich hier halt erwartet. Und ich bin ehrlich, ich möchte hier definitiv meine Abwehr nicht vermissen. Was gibt's? Wir haben sie auf dem Radar. So. Ich werde hier einfach jetzt mal. Ich habe das hier hinsetzen. So. Auf jeden Fall müssen wir uns hier weitaus mehr verteidigen. So. Gut, hier ist der Tempel aktuell. Schießen Sie los. Feindliche Einheit in Sicht. Vor die Nandener Schatz. Sie springen über die Kluft. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Ja. Okay. Gut. Ähm. Das reparieren wir natürlich ein bisschen jetzt mal. Hm. So. Das können wir auch noch aufstellen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbildung. Bau. Abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ich fährt allerdings halt nicht komplett reparieren. Das kann ich jetzt schon sagen. Das macht aus einigen Punkten keinen Sinn. Du kannst da hin. Ich brauche unbedingt ein bisschen mehr Stroh. Bau abgeschlossen. Ben im Gleiter bereit zum Abheben. Es könnte auch sein, dass ich halt hier tatsächlich die Atombombe halt auch mit nutzen werde. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt gehabt. Aber der Unterschied zwischen normal und einfach ist doch schon knackig, muss ich sagen. Bau abgeschlossen. Auf die Beine! Los! Mit erhobenen Waffen! Tarnkappen sind da bereit. Schön ruhig. So. Genau so muss ich natürlich hier auch noch mit Verteidigung bauen. Alles ruhig. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Was gibt's? Bin gleich dort. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. So. Ich würde sagen, das sollte es jetzt für's erste dort gewesen sein. Baut. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Alles ruhig. Ja. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Feindliche Einheiten in Sicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Zuck. Einheit befördert. Bau abgeschlossen. Hm. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. So. Da haben wir dann halt hier so ein bisschen noch Verteidigung. Nicht das an mir hier halt mein... Von wegen... Ich müsste halt noch ein bisschen was machen. Feindliche Einheiten in Sicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich würde sagen, das funktioniert so. Wir nehmen uns, was wir wollen. Auf Patrouille. Alles ruhig. Okay. Und die funktionieren hier sehr gut. Muss ich sagen. Ähm. Ich könnte auf jeden Fall nochmal... ... das Tiberium-Silo halt... ... ein paar Stück bauen. Das freut mich, dass du Keynes-Botschafter bist. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich habe auch das Gefühl, dass die halt mehr aushalten. Ungeeigneter Bauplatz. Reparatur läuft. Bauhaus. Ähm. Bauhaus. Es gibt auch einen Grund übrigens, warum ich hier halt... ... die Sachen halt hingestellt habe. Ungeeigneter Bauplatz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bauhaus. Abgeschlossen. So. Das ist schon mal gut. Dann das noch dazu. Ach, hier unten. Ja, das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Falls er auf die dumme Idee kommt, mit Luftangreifen hier irgendwas zu machen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ich meine, man sieht hier halt schon... ... dass er halt mit... ... Dings hier ankommt. Mh... ... Irgendwas gesehen? ... ... ... ... ... Und dann... So, da haben wir natürlich jetzt halt eine gute Quelle. Ich will hier unten auch noch mal halt... ...entsprechende Vorkehrungen treffen. Vertigo-Bombo. Das hat übrigens noch eine Bewandtnis alles. Mal so. Falls sich da irgendeiner irgendwie mal fragen sollte. So. Oh, guck mal. Aber ich habe ja so gut wie kein... ...fürzustellen an... ...Geld mehr. Systemcheck, okay. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Schießen Sie los. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Irgendwas gesehen? Roger. Na klar. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Bin gleich dort. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ausbildung. Schießen Sie los. Na klar. Vertigo. Systemcheck, okay. So, die Vertigo-Bombe... Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Alles gut. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wir haben Sie auf dem Radar. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Roger. Ich bin einfach mal so ein bisschen frech. Ich bin einfach mal so ein bisschen frech. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Na klar. Bin gleich dort. Koordinaten erfasst. Ja. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Verstanden. Wir greifen an. Feuer. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ziel wählen. Atomregelte gestartet. Einheit wird angegriffen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Okay. Kabumm hat das da gemacht. Verstanden. Und bin ich gewappnet. Ich würde sagen eigentlich schon. Ja. Reparieren wir das derzeit voll. Alles ruhig. Erfasse Ziel. Bin gleich dort. Verstanden. Nähere mich Ziel. Feindliche Einheiten in Sicht. Verstanden. Nähere mich Ziel. Kann nur alles einfacher machen. Meine Achtens nach. Okay. Okay. Einsatzziel erreicht. Ausbildung. Schlachtfeld erweitert. Irgendwas gesehen? Verstanden. Alien Einheiten nähern sich von morgen. Verfasse Ziel. Wir haben sie auf dem Radar. Verfasse Ziel. Gut gemacht Commander. Aber die Invasoren erhalten Verstärkung. Sie kommen von Westen. Zeigen sie dem Pack ihr neues Spielzeug. Wir haben ihn im Visier. Wir haben die Nachricht. Testen sie die Funktionalität der neuen Catalyst-Raketen. Wissen wir übrigens nicht. Das ist übrigens auch ein Bonus-Ziel. Dass man es halt nicht damit macht. Catalyst-Rakete ist startbereit. Neues Bonus-Ziel. Alles ruhig. Ver-Ti-Go-Bombe. So. Das ist das was ich haben wollte. Sehr schön. Der gefährlichste von allen ist aktuell tatsächlich dieser jetzt hier nur noch. Er hier ist halt ja vorhanden. Aber dann. Ehrlich gesagt. Der Kanal ist offen. Schein. Haben wir ein Ziel. Vertigo Bombe Einsatz bereit. Großartig. Ziel verifiziert. Ein großes Problem nur noch. Vertigo Bombe. Luftangriff bestätigt. So. Den haben wir. Das heißt das können wir hier verkaufen. Du kannst dich hier einmal hinsetzen. Und dann können wir hier einmal ein Extraktor bauen. Dann macht ihr dem hier einmal ein Ende. So. Zack. Zack. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. 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 Wachstumsgenerator. Das ist eigentlich ganz gut. Die Mission habe ich eigentlich. Ich habe sogar das Gefühl ich habe die sogar noch besser seit dem Griff als auf einfach. Was ein bisschen komisches. Aber ich habe es hier ehrlich gesagt auch wesentlich besser halt mich angestellt. Muss ich sagen. Dadurch dass ich halt erstmal gewartet habe. Okay. Und ihn hier so extrem stark erstmal geschädigt habe. So. Hier noch. Und. Und. Dann wird natürlich halt hier unten halt noch einer hingesetzt. Ihr könnt mit der Gruppe eigentlich zusammen treffen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wow. Verticals. Systemcheck. Okay. Und. Ihr könnt dann. Ich bin gleich dort. Erfasse Ziel. Okay. Einheit wird angekürzt. Verstanden. Wir greifen an. Feuer. Verstanden. Wir greifen an. Feuer. Verticals. Einheit wird angekürzt. Verticals. Einheit wird angekürzt. Alles klar. Ja. Ja. Einheit wird angekürzt. Erfasse Ziel. Feuer. Okay. Nähere mich Ziel. Erfasse Ziel. So. Mäht sie nieder. Mäht sie nieder. Mit 24 ist es auf jeden Fall gut möglich. Mach sie fertig. Okay. Die haben auch keine Chance. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das höre ich auch sehr gerne. Atomrakete gestartet. Okay. Denn das bedeutet, wir haben quasi das hier alles schon im Sack. Einheit wird angekürzt. Einheit wird angekürzt. Bleib dran. Bleib dran. Bau abgeschlossen. Come. Hm. 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 Oh, habe ich das da kaputt gemacht? Tut mir leid. Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen lame. Ja komm, machen wir es, bringen wir es zu Ende. Hätte ich gesagt bin ich ein bisschen verwundert, ich meine ja, er hat ein bisschen mehr angegriffen am Anfang, aber irgendwie ist das total versiegt. Ich bin absolut überrascht. Gucken wir uns das was machen. Schauen Sie mal, die kämpfen wie Ameisen und verdrängen das Los, das sie erwartet. Früher oder später rotten sie sich gegenseitig aus, aber darauf können wir leider nicht warten. Diese Kämpfe gefährden die Türme, vernichten sie deswegen also beide Armeen, die GDI und die Besucher. Weitere Nordeinheiten sind schon unterwegs zu ihnen, aber die werden sie nicht brauchen. Vernichten sie die GDI und die Besucher einfach mit ihren eigenen Waffen. Zerstören sie alles, was sich bewegt. Die GDI-Rei rückt schneller als erwartet durch die italienische Rote Zone vor und ist für die Einrichtungen der Besuche vor Ort eine ernste Gefahr. Wir müssen sie aufhalten. Im Moment geht die größte Gefahr von einer großen GDI-Armee aus, die die Truppen der Aliens am Ostufer des Tibers zurückdrängt. Da wir nur wenige wahre Gläubiger haben, kommt ein direkter Angriff auf die GDI nicht in Frage. Versuchen sie stattdessen die beiden Bauhöfe der GDI mit Shadows und Saboteuren zu übernehmen und schlagen sie unseren verhassten Erzfeind mit seinen eigenen Waffen. Erobern sie anschließend die beiden Drohnenplattformen der Aliens. Erst dann wird sich Keynes Plan voll entfalten. Vernichten sie alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Egal, ob es sich dabei um Einheiten der GDI, der Bruderschaft oder der Besucher handelt. Das ist Italien? Das sieht nicht mal mehr wie die Erde aus. Empfange Nachricht. Die GDI ist tief in die Rote Zone vorgestoßen, um die Alien-Invasoren zu bekämpfen. Wir müssen sie aufhalten. Die GDI hat zwei Lager. Eine Primärbasis im Südwesten, eine Luftwaffenbasis im Norden. Beide sind eine Bedrohung. Erobern sie beide Gefechtsstände und beide GDI-Basen. Erobern oder zerstören sie die Produktionsgebäude der GDI, um ihrer Armee die Grundlagen zu entziehen. Okay. Die Aliens haben zwei Kommandozentralen. Erobern sie diese Zentralen mit Saboteuren, um das Blatt zu wenden. Erobern oder zerstören sie alle Alien-Produktionsgebäude und unterstellen sie Nord ihre Truppen. Und das wird tatsächlich sehr interessant werden. Ähm... In Bereitschaft. Unterwegs. Leise. Ja, ich bin hier. Jo. Ähm... Tenden... 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 Tendenzen... Sagen. Hmm... 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 Okay. Ich verstehe. Positiv. Ich verstehe. Ich arbeite allein. Natürlich bin ich bereit. Wie mache ich das? Rücke vor. Okay. Ich verstehe. Rücke vor. Positiv. Okay. Also tendenziell würde ich so vorgeben wollen, dass ich zunächst einmal mich halt in eine Luftwaffenbasis halt einmal umsehe. Nord, was zum Teufel machen die hier? Ja. Die Luftwaffenbasis wurde vernichtet. Sie haben die Luftwaffenzentrale erobert. Sofort ausweichen. Hier hat alles angefangen. Das ist ein Kriegsgebiet. Wir müssen vorsichtig sein, um keine Aufmerksamkeit zu erringen. Jo. Tue ich das denn noch irgendwie? Vermichtet sie. Ich glaube nicht, dass ich das großartig seit hierhin kriege. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir werden auch das nächste Mal halt hier definitiv neu anfangen. Weil da muss ich mir halt was überlegen. Das ist nicht so sonderlich leicht zu machen und zu ändern die Mission. Aber ich bedenke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage damit bis zum nächsten Let's Play Part. Blatt ist ja free. Meldet sich ab.